hallo youtube und herzlich willkommen hier bei modbox ja mein lieben ist wieder mal der ächsel und ich stelle euch heute mal eine art produktion vor könnte man sagen aber ihr wisst wir schnackeln nicht lange sondern schauen da gleich mal in den händler rein so und deswegen gehen wir da gleich mal unter platzierbare objekte und da seht ihr schon einmal agrar z agrar z diverses und agrar z meine lieben wir gehen hier unter agrar z und da seht ihr oder krass je nachdem wie man es aussprechen möchte und da seht ihr schon einen komposter meine lieben und der komposter kommt von zu zockt und ist für pc und mac zur verfügung ist die version 1.0.0.0 und ja wie ihr seht können wir aus verschiedenster biomasse kompost herstellen so das ganze ist zu platzieren seht ihr hier kann man dann machen wie man möchte allem drum und dran funktioniert auch und ja wir schnackeln da nicht lang und dann schauen uns das ding in der live und in farbe an als allererstes muss man sagen ich finde ist sehr sehr cool denn ich persönlich habe schon lang nach einem könnte man sagen komposter gesucht und ja wir gucken einfach mal uns texture mäßig hier alles an wie das ganze so verbaut ist deswegen auch die taschenlampe dazu man muss sagen hier metall mäßig erkennt man sofort na ist sehr sehr schöne textur gewählt es klitscht auch nichts es steht nichts über oder hängt irgendwo in der luft und wenn man hier dann so weiter schauen hier ist natürlich wenn man jetzt hier durchgeht das ist wegen der plane wackelt er dann ein bisschen rum das ist aber jetzt nicht allzu schlimm also es ist fehlerfrei das gleich mal vorweg mein lieben damit ist fehlerfrei und funktioniert natürlich in verbindung mit global company und dem akz landhandel mein lieben den seht ihr da drüben da kommen wir dann später gleich noch dazu warum wir diesen brauchen auf jeden fall texture mäßig kann man wie gesagt hier nicht meckern ich habe schon einige mods diesbezüglich akz mäßig in gebrauch privat auch und kann da wirklich nur sagen die sind sehr sehr gut deswegen machen wir einfach mal f1 meine lieben und da haben wir ja ja hinten gesehen ist schon etwas an biomasse nämlich gras drin so da gehen wir nämlich heran und da seht ihr schon mit er öffnen wir das produktionsmenü und das macht man jetzt auch mal so wir haben an der zahl vier buchten wo man das ganze rein kippen können und ihr seht biomaterial weizen gerster hafer raps sonnenblumen sojabohnen mais gras alles mögliche können wir hier reinschmeißen im detail wie gesagt können wir zur kompostierung nehmen hackschnitzel weizen gerster hafer raps sonnenblumen sojabohnen mais kartoffeln zu gerüben zu groß sagt gut futter misch futter häcksel gut silage gras heu schweinefutter und biomaterial also meine lieben es ist sehr sehr viel was aber alles andere als schlecht ist und man ganz ehrlich sagen so jetzt haben wir das hier drin jetzt sehen wir aber hier unten noch schnell komposter stehen und beim schnell komposter meine lieben gehen wir einfach noch mal ins händler menü rein und gehen da hier unter objekte da sehen wir hier akaz paletten und da seht ihr palette schnell komposter den müsst ihr kaufen weil das zeigen wir euch jetzt gleich dann gehen wir wieder hier von hin denn wir können hier natürlich auch nach seht ihr hier f1 menü da gehen dann natürlich auch die tore auf wo wir rein kippen können und die gehen natürlich alle miteinander so die gehen natürlich auch wieder zu wie das auch sein soll wenn man sie nicht braucht ja hätte ich mir nur gewünscht dass die triggere sagen manchmal so auf der position dann immer sinn weil wenn wir jetzt hier so sind dann aber das wäre jetzt das wäre jetzt wirklich meckern auf hohem niveau wo man ganz ehrlich sagen denn es ist wirklich sehr sehr gut gemacht wenn man das ganze hier rein gekippt haben und das ganze kompostiert ist können wir dann einfach auch hier drunter fahren und können den kompost wieder entnehmen meine lieben so jetzt zeige ich euch denn ich habe schon ein bisschen schnell komposter vorgeladen und da werden wir jetzt einfach mal ran fahren denn den können wir hier von reinkippen wo wir aufgemacht haben seht ihr gleich dann müsste genau so und jetzt gibt man das ganze ab dann wenn wir dann mal mit strg und gehen hier auf den komposter schauen wenn wir das menü öffnen und sehen hier schnell komposter funktioniert das ist dazu da wie es der name schon sagt um den ganzen prozess zu beschleunigen meine lieben da müssen nicht allzu lange warten naja das geht dann relativ schnell könnte man sagen das ganze könnte natürlich automatisch machen und status ist derzeit aktiv und auf an und ja jetzt werden wir natürlich mal sehen wir werden mal schauen ob wir die zeit ein bisschen vorlaufen lassen so gucken wir einfach mal die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen normal laufen und da sehen wir dann schon kompost haben wir schon sehen wir hier unten steigt natürlich und wir machen mal das licht dazu an denn es wird gleich ein bisschen duster und ihr seht hier schon ganz kleine fußchen wo sich jeder kompost aufbaut und das ist sehr sehr gut meine liebe aber wirklich nicht mehr gern wenn das ganze kann man dann natürlich laden und kann das ganze dann später hier drüben in bringen zum landhandel da kann man das ganze natürlich auch verkaufen und ja beim landhandel wie gesagt kann man verkaufen vom futter angesehen über saatgut über ballen aller art können da wirklich dort hinein schmeißen des weiteren müsst können wir verkaufen achtschnitzel ja also wenn das wissen er hat gerne in die kommentare wir können die zucker rüben kartoffeln können wir ebenfalls noch verkaufen und hier haben wir dann noch eine kaufstelle vom landhandel das können wir natürlich auch noch mit setzen und dann passt das so jetzt guck mal aber natürlich die zeit läuft natürlich ja wunderschön und dann schauen wir uns das ganze mal an wo war es denn jetzt was doch gerade genau hier haben wir also schnell komposter ist leer ihr seht ohne den schnell komposter meine lieben die zeit nehmen wir jetzt wieder runter ist eh schon dunkel genug und ihr seht ohne den schnell komposter bekommt ihr keinen kompost das heißt ihr schmeißt die biomasse hier vornherein wo wir gerade hier mit dem traktor stehen und dann entsteht die natürlich hier hinten seht ihr dann biomasse unten rechts 6000 liter 60.000 liter und kompost haben wir bis jetzt davon 40.000 liter durch den schnell komposter also den bitte nicht vergessen zu kaufen ansonsten geht es nicht eine liebe na so beziehungsweise dauert dann ein bisschen länger ja an sich gibt es da nicht viel dazu zu sagen was noch erwähnenswert wäre es ist wirklich sehr sehr gut gemacht wie immer da kann man persönlichen schmeckern das ganze ist fehlerfrei wie gesagt für pc und mac und in diesem sinne sage ich auch schon tschüss und bis zum nächsten mal